Musik 30-jähriges Jubiläum bei GZSZ und wir sind hier in einem Club in Berlin und dürfen Vollgas geben. Also mir macht es alleine deswegen schon Spaß, weil wir alle wieder zusammen sind. Das ist ja in letzter Zeit öfters passiert, weil wir uns sonst ja nie im Alltag, im Drehalltag sehen und deswegen ist das schon Glücksgriff. Am 23. März bin ich fünf Jahre dabei. Weißt du, wie lange ich schon dabei bin? Ich weiß es. Ich bin vor zwei Jahren im Sommer aus der Sommerpause, du bist zwei Jahre fast da. Weißt du wann? Am 23. März. Zwei Jahre. Ist nicht dein Ernst? Ihr Lieben, das war unser Fotoshooting zum 30-jährigen Jubiläum von GZSZ. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Hey, was für ein Video. Falls ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit habt und euch noch ein Video angucken wollt, dann könnt ihr einfach hier auf unserem YouTube-Kanal gucken und euch viele weitere lustige, interessante und spannende Videos angucken. Und wenn ihr jetzt sagen wir mal 22 Minuten Zeit habt für die neue GZSZ-Folge, dann klickt einfach hier auf RTL Plus. Und übrigens, bevor ich es vergesse, abonnieren. Abonnieren. ARD Text im Auftrag von Funk